Du willst ganz viele kostenlose Videos zu BWL und VWL? Dann komm auf studyflex.de Du möchtest wissen, wie man die Lorenz-Kurve zeichnet und was sie aussagt? Dann schau dir dieses Video an. Die Lorenz-Kurve drückt aus, welcher Anteil der sortierten Grundgesamtheit welchen Anteil an einer Merkmalsumme besitzt. Einfach gesagt drückt die Lorenz-Kurve also die Ungleichheit einer Verteilung aus. In der Praxis wird sie daher zum Beispiel zur grafischen Veranschaulichung von Einkommensverteilungen genutzt. Damit das Ganze noch etwas klarer wird, erstellen wir die Lorenz-Kurve jetzt anhand eines konkreten Beispiels. Stell dir vor, du möchtest die Einkommensverteilung für deinen Wirtschaftspolitikkurs grafisch abbilden. Dazu musst du zuerst das Einkommen der einzelnen Personen nach der Größe aufwärts sortieren. Gehen wir mal davon aus, dass ihr zu fünft in eurem Kurs seid. Der Professor verdient mit 20 Euro mit Abstand am meisten. Du und ein weiterer deiner Kommilitonen bekommt 5 Euro in eurem Werkstudentenjob. Die anderen beiden Studenten bekommen BAföG in Höhe von 2 Euro bzw. 4 Euro. Aufsteigend sortiert erhalten wir also ganz einfach Als nächstes musst du das Einkommen nun Stück für Stück aufsummieren. Für die vierte Spalte erhältst du dann also zum Beispiel 2 plus 4 plus 5 plus 5 gleich 16. Der Wert in der letzten Spalte, den wir hier grün markiert haben, gibt dir also die gesamte Merkmalsumme an, also das insgesamt in eurem Kurs verdiente Einkommen. Als nächstes musst du das aufsummierte Einkommen der Personen, also die zweite Zeile, durch das gesamte verdiente Einkommen, also 36 Euro teilen. So siehst du also, welcher Anteil des insgesamt verdienten Einkommens jeweils auf einen Anteil der Bevölkerung entfällt. Diesen Wert werden wir später an der Y-Achse abtragen, um die Lorenz-Kurve zu zeichnen. Jetzt haben wir schon fast alles, was wir brauchen. Es fehlen nur noch die Werte, die wir an der X-Achse abtragen. Diese erhalten wir, indem wir die jeweiligen Bevölkerungsanteile berechnen. Die erste Person hat einen Anteil von 1 durch 5, also 20%. Die erste plus die zweite Person haben einen Anteil von 1 plus 1 durch 5, also 40% und so weiter. Wie du siehst, ist das in unserem vereinfachten Beispiel ziemlich leicht. Jetzt musst du die so erhaltenen Werte nur noch in ein Koordinatensystem auftragen. An die Y-Achse schreiben wir den Anteil des Einkommens an der Gesamtsumme und an der X-Achse den Anteil der Bevölkerung. Dann musst du nur noch die Werte aus der Tabelle ablesen und eintragen. Wenn du diese Punkte miteinander verbindest, erhältst du die Lorenz-Kurve. Die Diagonale in der Abbildung zeigt quasi eine perfekte Gleichverteilung, also eine Lorenz-Kurve bei einer gerechten Einkommensverteilung. Je weiter die Lorenz-Kurve von dieser Diagonalen abweicht, desto ungleicher ist die Verteilung. Wie du siehst, ist die Einkommensverteilung in deinem Kurs ziemlich ungerecht. Aus der Abbildung kannst du ablesen, dass die ärmeren 80% des Kurses, also deine Kommilitonen und du, nur 44,4% des Einkommens verdienen. Andersrum könnte man auch sagen, dass die reicheren 20%, also dein Professor, 55,6% des Einkommens verdienen. Damit es noch deutlicher wird, hier noch ein Beispiel, wie die Lorenz-Kurve aussehen würde, wenn eine Person das gesamte Einkommen verdienen würde. Und so würde sie aussehen, wenn eine perfekte, faire Gleichverteilung vorliegen würde, also jeder Anteil der Bevölkerung einen gleichen Anteil des gesamten Einkommens verdienen würde. Schon geschafft! Eigentlich ganz einfach, oder? Wenn du wissen möchtest, wie man mithilfe der Lorenz-Kurve den Gini-Koeffizienten berechnet, dann schau dir doch unser nächstes Video an. Dir hat das Video gefallen? Noch mehr kostenlose Videos gibt's auf studyflix.de 5.1 3.2 3.2